Achtung, Aufnahme, los! Die Finken schlagen, der Lenz ist da. Wo ist er? Wer? Der Lenz. Ich bekomme nämlich fünf Schillinge von ihm. Am Rennplatz habe ich ihm fünf Schillinge geborgt und so habe ich ihn nicht mehr gesehen. Der kleine Lenz aus der Lerchenfelderstraße, der das Wäschengeschäft hat. Aber ich meine doch den Frühling. Aber das ist der Cousin, den brauche ich nicht, den Lenz brauche ich. Aber schauen Sie, reden Sie doch nicht, ich meine hier in dem Gedicht, nicht wahr, den Lenz. In wo? In diesem Gedicht. Das ist ein Gedicht? Natürlich. He he. Sagen Sie, was krechten Sie? Weil Sie sagen, dass das ein Gedicht ist. Sie wollen doch vielleicht nicht meine dichterischen Fähigkeiten infrage ziehen. Ist doch Stadt bekannt. Wenn ich einmal das Zeitliche segne, kommt an mein Wohnhaus eine Tafel. Jede Verunreinigung ist bei Strafe verboten. Sie können darüber urteilen. Jawohl, ich habe schon bei Lebzeiten Aussicht auf ein Denkmal. Ja, weil Sie dem Goethe-Monument gegenüber wohnen, haben Sie die Aussicht. Machen Sie keine Witze, ich habe jetzt ein Gedicht geschrieben über Goethes Tod. Na, umgekehrt wäre es bedeutend sympathischer gewesen. Die Finken schlagen. Nein, 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 nein. Die geben sich keine Mühe. Die Finken schlagen heute nicht mehr. Ja, und Sie haben... Warum? Wenn Sie ein Dichter sind, müssen Sie auf schwere Sachen reinen. Bitte. Ich werde Ihnen was zurufen. Ich werde Ihnen dann auch was zurufen. Ich werde es aber nicht machen. Ja, bitte schön. Machen Sie mir einen Reim auf U15 5, 6 und 70. Ihre Lektüre, das Telefonbuch, nicht? Also U15 5, 76. Nicht 70, das gibt sich, das kennen wir schon. 70. Ja, bitte schön. Herr Beethoven. Ach, Beethoven, da sieht man, was Sie von Malerei verstehen. Siebezig. Ja, 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 bitte schön, bitte schön. Sie sind Blitzdichter. Ja. Ein langsamer Blitz ist das. Oh, Moment. Es kann wohl jeder bei uns sehen, den Engel mir auf die Nerven gehen. Wo ist Siebezig? Moment. Doch bald schon ruft er mich an, unter U15 5, 6 und 70. Denn was ich neckt, das liebet sich. Das Ihnen gefällt, das mir nicht. Noch einen Reim machen Sie mir. Bitte. Machen Sie mir auf folgenden Satz. Wenn der Fäber vorbei ist, dann Merzlz. Bitte. Es wird Merz. Nein, dein ist mein ganzes Herz. Das könnte Ihnen so passen. Merzlz. Ich kannte eine Maid vor raffinierter Finessen. Die ist bei einem Frühlingsfest im Likörzelt gesessen. Wo ist Merzlz? Moment. Und da sprach sie im Innersten des Likörzeltes. Wenn der Fäber vorbei ist, dann Merzlz. Gut. Was? Likörzlz, Merzlz, das sind doch krampfrei, meine Herr Banker. Gehen Sie. Doch wieso? Entschuldigen Sie, Sie können doch das gar nicht verurteilen. Sie sind doch ein Laie. Gehen Sie, ich mache jeden Reim, den Sie wünschen. Mein, dein, Freud, Leid, Herz, Schmerz. Ja, 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 bitte schön, bitte schön. Wollen Sie das mir überlappen? Bitte sehr. Ich werde Ihnen ganz etwas Leichtes zu bedichten geben. Bitte schön, Aluminium ist etwas Leichtes. Nein, nein, wenn wir schon bei Metallen sind, dann nehmen Sie folgendes Wort zum Reimen. Silber. Nur Wichtigkeit, Silber, auch eine Kunst. Bitte schön. Silber? Ja. Ja. Äh, das, äh, dieses echte Silber. Nö, es kann auch falsch sein, nur der Reim muss es sein, ne? Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Tula oder Kina ist egal, ne? Egal. Ne, es ist ja teurer, das Kina. Moment. Äh, ich hab schon. Bitte? Ich freu mich stets, wenn ich zum Jubilier laufe und mir dort etwas aus Silber kaufe. Gehen Sie. Silber am Ende. Immer um die Jahreswende kaufe ich mir ein Silber am Ende. Das ist doch gar Kunst. Oh, schau. Ich verstehe. Schwere Sachen müssen Sie mir sagen. Was binden Sie dich? Hören Sie zu. Bitte, bitte. Silber muss das Reimwort sein. Verstehen Sie? Es muss. Ja, ja. Äh, wo kommen Sie auf Silber? Moment, äh, ich gehe durch den grünen Wald und höre, wie das Echo schallt. Das war mal einwandfrei, das müssen Sie zugeben. So, wo ist das Silber? Silber ist im Wald. Sie haben ja auch erst die Maid in ein Likörzelt gesetzt. Ich hab Zeit zu Ihnen. Ja, bitteschön. Ich gehe durch den grünen Wald und höre, wie das Likörzelt schallt. Silber. Ja, wie das Silber, Sie machen einem ja blöd, so kann man ja nicht arbeiten. Na bitte. Und höre, wie das Echo schallt. Und? Plötzlich nehme ich meine Tabatiere aus Silber. Ja. Uh, Silber? Ja. Auf Gold hätte ich Holt. Ich hab's aber nicht gewollt. Bitte. Silber. Silber. Und? Und merke, ich werde langsam schrillber. Was werden Sie? Schrillber. Sie werden schrillber. Was sagen Sie? Sie unterstehen sich in meiner Gegenwart schrillber zu werden. Jawohl. Sagen Sie, was ist schrillber? Schrillber ist ein Reim auf Silber. Ich hab keinen anderen. Jetzt können Sie Ihre Aufnahme machen. Na endlich. Die Finken schlagen, der Lenz ist da. Und drei Minuten Umschluss, bitte. Na da haben wir's. Ich bin ein Reimed. Ich bin ein Reimed. Ich war nie. Ich war nie. Sch инструмент, ich Ubaulei. Vielen Dank.